Mojokai ist mein neuer Partner, ist ein Gaming Booster, ist der gesündeste Gaming Booster, den ihr überhaupt auf dem Markt finden könnt. Kein Koffein, viel mit Traubenzucker. Ihr könnt ihn gerne bestellen, es gibt eine große, eine kleine Variante. Ausrufezeichen Mojo oder Mojokai, ihr kommt auf die Seite. Denkt an den Code SEMI10, kriegt ihr nochmal 10% auf eure Bestellung. Den Link findet ihr, wenn ihr Ausrufezeichen Mojo macht oder Ausrufezeichen Mojokai. Geht nicht einfach auf die Seiten, sondern bestellt über meinen Tracking Link. Was geht ab, YouTube? Wir schauen uns diese guten Memes an und pro Lacher, Digga, muss ich 10% verschenken. Ich küsse eure Herzen, wir gehen rein, dieser gute Memes. Okay, wala Konzentration. Wie warst du das Auge? Die Griechen haben das auch, das Auge. Also, dass man kein Auge machen, sondern auf hübsche Frauen. Also, benutze das für deine Freundin. Oh mein Gott, Digga, nein. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich hab mir gedacht, der meint sie. Also, ich hab gedacht, sie meint, ja, ich bin hübsch und so, gell? Dann sagt er einfach, also benutze das für deine Freundin. Guck mal. Guck mal, jetzt gleich. Guck mal. Oh, guck mal, der einer macht einen Heiratsantrag und der checkt einfach nicht, der ist Todes-Stone. Es geht weiter, jeder guckt zu dem anderen, jeder guckt zu dem und er... Digga, der hat richtiges... Hey, ist aus Niedkau. Freunde, Dschihad und ich gehen Leute von Simo besuchen, Simo kommen Leute von Dschihad besuchen, Dschihad und ich gehen Leute von Zadl besuchen, Zadl kommen Leute von uns besuchen, Omerat kommt und besuchen mit Alikans, wir sind Alikans, kommen uns besuchen, wir gehen nach Gelsenkirchen zu Alikans. So, das sind... So, wir sind Freunde hier, da. Also, auf jeden Fall war ich dann beim DM und dann wollte ich mein Lieblingsconcealer kaufen, aber die hatten den einfach nicht in der richtigen Farbe. Deswegen habe ich überlegt, soll ich den einfach dunkler kaufen, aber wenn ich den dunkler kaufe, dann sieht es ja auch irgendwie blöd aus, weißt du, was ich meine? Weil ich habe ja nicht so eine dunkle Hautfarbe. Deswegen habe ich dann bei einer anderen Mark... Schatz? Ja? Ich sage dir jetzt ein paar Vornamen und du musst mir direkt die Nachnamen sagen, die dir einfallen. Okay. Chris? Brown? Kim? Ey, nicht, dass er jetzt irgendeine dumme Sache sagt, oder ja? Megan? Fox? Jason? Darulo? Mia? Farrow? Das ist Mia Farrow. Mia Farrow ist eine... Oh mein Gott, nein, ich habe gehalten, Dinger. Scheiße, Mann, ich konnte nicht. So nennen wir verschiedene Nudelarten im Türkschen. Spaghetti. Makarna. Makarna. Und zu guter Letzt, Makarna. So, wer haben wir jetzt hier? Chili. Warum stehst du seitlich? Keine Ahnung! Du, das... Wir wollen in der Ede stehen. Bei gilt Müller eigentlich als harter Hund. Bekannt wurde der 58-Jährige durch seine kreativen Urteile gegen Neonazis. Manche schickte er zum Döneressen mit Deutsch-Türken, andere zwang er in die Moschee. Kenne ich. Barbarichter, Dinger. Barbarichter, Dinger. Schleif. Ey, Wala, ich bin broke, Dinger. Warum? AAAAAH! Boah, sie war jeden jetzt im Schwung meiner Mutter, Dinger. An die schwarze V-Klasse, bitte rechts ranfahren. An die schwarze V-Klasse, bitte rechts ranfahren. Ja, ich weiß ja nicht, was da dran so lustig sein wird. Die hat gerade übel, Alex Waller, guck mal, wie die schicken sich gerade übelst. Bitte rechts ranfahren, ich wiederhole mich nicht noch einmal. Ich blick gerade, ich blick gerade. Ja, geht. Ich bin gerade, wenn man hier nicht stimmt, wenn ich nicht stimmt. Geht. Das war stark. Seien wir ehrlich, findet ihr sowas lustig, Dinger? Also irgendwie nicht so, Dinger. Der war nicht so, Bruder. Der war so mittelmaß vielleicht. Ein Jahr. Außer wenn man es selber macht. Wenn man es selber macht, hol es lustig. Aber wenn man es nicht selber macht, dann ist es nicht lustig. Man sieht es aus wie Milano. Alan. Alan. Abi. Alan. Alan. Wenn du müde bist, kannst du schlafen, ne? Und? Ja. Okay. Gute Nacht. Dankeschön. Einmal, gell? Meine Frau weckt mich so, ich fahre so einen Halbschlaf, gell? Ich wache einfach so auf. Ja. Meine Frau sagt zu mir, ich sage so, ey, warte kurz, ich telefoniere noch. Ja. Warte, ich bin so aufgewacht, so. Ist nicht so richtig. Spiele? Versuchst du uns jetzt ein bisschen Druck zu geben mit der Frage oder was? Nein, ich will euch pushen. Pushen, ja, gut. Druck haben wir generell nicht. Druck habe ich abends, wenn ich nackt in meiner Alten liege oder beim Scheißen auf den Pott. Da habe ich den Druck und wir als Mannschaft gehen das. Entschuldige, kurze Frage. Hast du Lust, vielleicht ein gratis Off-Wide-Shirt zu gewinnen? Vielen Dank, ich möchte das in der Videon sein. Ich habe nicht mit dir geredet. Achso. Ich habe ein präsentisches Problem mit dir. Was sind das für eine Art und Weise? Nein, Bruder, nein, Digga, nein. Bruder, ich, das darf doch nicht sein, Bruder. Bruder, was war das für ein Special-Effekt, Digga? Digga, das läuft bei denen auch im Fernseher so, weißt du das? Okay. Okay. Es ist mein Geburtstag, ich werde meinen Geld spenden. Es ist mein Geburtstag, ich werde meinen Geld spenden. Es ist mein Geburtstag. Es ist mein Geburtstag. Ich habe dich so vermisst Ich bin immer für dich Ich will dich auch und hast du vielleicht Netflix Habibi Ich küss dein Herz palm Ich küss dein Herz Merkel mach schüch auf Merkel mach schüch auf Merkel Merkel Wie kann man so krank sein Ein paar Chicks und so Wie? Ein paar Chicks und so Ein paar Chicks? Ein paar Chicks klären hier in Hamburg oder was? Na klar, du weißt wahrscheinlich Hast du schon was geklärt heute oder? Ja eine Eine? Ja man Und dann heute Abend Pfeife oder was? Bro, mal gucken ne? Mal gucken ne? Ein bisschen Fortnite die Stars Ich kenn das Clipshop, den Clipshop Arab war 100% Victor, Dankeschön für 5 Spitz Ich küss dein Auge Victor Ronaldinho hat Ball geholt Also am Anfang die Clips waren lustig Leute schnelle Frage Was macht ihr eigentlich mit dem weißen Ding Wenn ihr das Mozzarella ausgetrunken habt Also ich werfe das normalerweise einfach weg Aber ich wollte euch mal fragen Boah wie eklig Geil, was hast du da? Erdnest du? Ja, dünn dir Hast du auch? Ankel Sau Pelz Für wieviel würdest du deinen Kanal verkaufen? Ich schwöre auf das Grab meiner Mutter für kein Welt dieser Gel- Dieser Moment, wo mein Aramell ist Und die Nase In das Glas einfach reingeht Oh no, ich lach nicht mehr Oh no, ich lach nicht mehr